Hallo zusammen, in einer Woche wie dieser hier. Da freut man sich schon ein bisschen, wenn man in einer delta-neutralen Position gemütlich seine Rendite kassiert, ohne dass man wie die anderen davon betroffen ist, dass der Bitcoin einfach mal so wieder unter die 60.000 rasselt und alles ausradiert, was er seit dem letzten Crash wieder aufgeholt hat. Und ich will euch jetzt nicht langweilen mit den ganzen Einzelheiten, aber ich blende das hier nur mal ganz kurz ein. Wir haben mit dem Pendel Carry Trade von letzter Woche mehr eingenommen als ursprünglich gedacht, und zwar ungefähr 47% Rendite wären das aufs Jahr gerechnet. Und das wäre ein passives Einkommen von etwa 400 Dollar im Monat, wenn man mit 10.000 Dollar, wie wir hier, an die Sache rangeht. Und das liegt vor allem daran, dass diese Woche, so krass das klingt, eine echt gute Woche für Pendel war, weil wenn Krypto so runtergeht, dann wird mehr getradet als sonst. Und die DeFi-Anbieter, wie zum Beispiel Aave, Curve oder Pendel, die verdienen dann richtig gut. Und wenn man da dann im Staking ist, dann verdient man mit. Und das ist wirklich ein Silberschreif am Horizont in solchen müden Zeiten. Ja, und man lernt diese kleinen Korrekturen dann wirklich ganz neu kennen auf diese Art und Weise. Aber ich muss echt zugeben, ich fände es auch viel besser, wenn wir stattdessen einen richtig schönen Bullenmarkt hätten und nicht diese ewig lange Seitwärtsphase, die ja einfach nicht aufzuhören scheint. Und so langsam frage ich mich mal so ganz frei nach Rudi Carell. Wann ist denn endlich nicht mehr Sommer? Jedenfalls gibt es da eine Schwachstelle in dem Trade und der ist nämlich nicht besonders kapitaleffizient. Und das ist auch der Grund, warum Profis diesen Trade eigentlich nicht so besonders mögen, weil es einen viel, viel besseren Weg gibt, sich die hohe Krypto-Rendite zu sichern und dabei kein Kursrisiko einzugehen. Und es geht also jetzt darum, dass man möglichst viel von seinem Kapital ans Geldverdienen bekommt. Und da ist die Vorgehensweise mit dem Darlehen auf der einen Seite sehr, sehr einfach aufzubauen, aber auf der anderen Seite entgeht einem auch eine ganze Menge an Rendite. Der Trade, den ich heute vorstelle, und das ist die Art und Weise, wie Pros ihre Positionen hedgen, das ist natürlich etwas komplexer und das ist gerade das Ding der Profis, dass sie mehr Know-how haben als wir und uns damit dauernd outperformen, nicht wahr? Und das Problem mit der Kapitaleffizienz, das kann man lösen, indem man eine Short-Position aufmacht und dabei einen Hebel nutzt. Das heißt auch, dass wir unsere Position etwas mehr managen müssen, aber so viel Arbeit ist das dann ehrlich gesagt auch nicht. Und das bedeutet, dass wir das Darlehen erstmal abschaffen, weil wir ein besseres Tool haben für denselben Zweck. Und bevor wir jetzt loslegen, müssen wir erstmal klären, was ist überhaupt eine Long-Position, was ist eine Short-Position. Aber keine Sorge, das ist ehrlich gesagt echt easy. Es sind einfach nur irgendwelche Begriffe, so wie haben und sollen in der Buchhaltung und die haben eigentlich gar nichts zu bedeuten, Long oder Short. Jedenfalls bei einer Long-Position machst du immer Plus, wenn der Kurs steigt. Und das ist ja das ganz normale Szenario, das man so kennt. Wenn du zum Beispiel Pendel in deinem Wallet hast oder irgendwo gestaked hast und dann der Kurs hochgeht, dann machst du natürlich Gewinn. Und wenn der Kurs runtergeht, machst du Verlust. Also soweit ist das ja bekannt. Und bei einer Short-Position ist es eben genau umgekehrt. Du verdienst, wenn der Kurs runtergeht. Und jetzt kommt der Trick, wenn du gleichzeitig eine Short- und eine Long-Position mit der gleichen Größe hältst, gleichen sich Gewinne und Verluste aus. Also steigt die Long-Position um 10%, fällt die Short-Position um 10% und unterm Strich steht dann eben 0. Und so machst du also weder Gewinn noch Verlust, egal wie der Kurs läuft. Und das nennt man dann eben einen Hedge. Eine Absicherung gegen Risiken, in diesem Fall gegen das Kursrisiko. Und so ein Setup, das wäre natürlich mega ineffizient, weil du ja nur die Hälfte deines Kapitals für Staking nutzen könntest. Die andere Hälfte wäre ja für den Hedge reserviert. Also für etwas, das keine Einnahmen bringt und im schlimmsten Fall sogar noch Geld kostet, je nachdem, wie man das Ganze strukturiert. Also viel besser wäre es eigentlich, wenn du weniger als die Hälfte in den Hedge stecken könntest, wie in diesem Beispiel hier, also nur 2000 Dollar, dann hättest du hier satte 8000 Dollar im Staking. Also erinnere dich mal, bei der Silo-Variante waren es tatsächlich nur 4000 Dollar. Die im Staking für uns arbeiteten. Und das hier wäre also doppelt so effizient. Und das Problem ist nur, dass die Positionen dann nicht gleich groß sind. Also das heißt, die Positionen sind unterschiedlich groß und das wäre dann kein echter Hedge, weil das Risiko auf einer Seite größer ist als auf der anderen. Aber was wäre, wenn du es schaffen würdest, 6000 Dollar von irgendwo anders her zu bekommen, um den Hedge aufzufüllen? Und dann wären Hedge und Staking wieder gleich groß und das Problem wäre dadurch ja auch gelöst. Und das funktioniert, indem du bei einem entsprechenden Anbieter eine gehebelte Short-Position eröffnest und zwar mit einem vierfachen Hebel. Das bedeutet, du packst 8000 Dollar in Staking, hast dann noch 2000 Dollar übrig und auf die 8000 Dollar kassierst du erstmal deine Rendite und gleichzeitig hinterlegst du den Rest, nämlich die 2000 Dollar als Sicherheit für eine gehebelte Position und eröffnest eine Short-Position im Wert von insgesamt 8000 Dollar und das ergibt dann eben den vierfachen Hebel. Klar, und das bringt natürlich auch Risiken mit sich, aber dazu komme ich dann gleich noch. Jedenfalls leistest du dir die fehlenden 6000 Dollar, um das Ganze möglich zu machen. Und jetzt denkst du vielleicht, das muss doch super teuer sein, weil du ja auch Zinsen auf die 6000 Dollar zahlen musst und wer weiß, wie hoch die sind. Aber das Verrückte ist, dass das nicht unbedingt so sein muss. Es kann sogar sein, dass du am Ende Geld bekommst, statt Zinsen zu zahlen. Zum Beispiel hier bei Hyperliquid und das ist so eine Plattform, kann man das schön sehen. Also erstmal die Oberfläche ist ziemlich umfangreich und ich kann in diesem Video nicht wirklich im Detail auf alles eingehen, aber es gibt ein super ausführliches Tutorial von mir dazu und ich packe den Link mal unten in die Videobeschreibung und blende das Ganze jetzt auch mal hier ein. Jetzt geht es also nur um die Idee mit dem Hedge und daher mache ich das hier auch nur ganz grob. Die entscheidende Zahl hier ist die Funding Rate und die zeigt, wie viele Zinsen ich bekomme, wenn ich eine Position aufmache und ja richtig gehört, es geht darum, wie viele Zinsen ich für eine Short Position bekomme und nicht zahle. Aber hier ist die Rate leider negativ, was bedeutet, dass ich tatsächlich zahlen muss. Das passiert, aber es kann eben auch andersrum laufen. Die Funding Rate wird zwischen Short und Long Position immer ausgeglichen. Manchmal zahlen die einen, manchmal die anderen, aber einer von beiden bekommt immer Geld. Das ändert sich grob so alle acht Stunden und die angezeigte Rate ist übrigens pro Stunde und wenn man da drüber fährt, dann sieht man auch den Jahreszins. Details dazu gibt es in meinem Tutorial, aber vereinfacht gesagt bekommt man für eine Short Position im Schnitt etwa 10% pro Jahr hier bei Hyperliquid. Das ist so meine Erfahrung und diese Zahl, die schwankt stündlich und kann positiv oder auch negativ sein, aber mein Bauchgefühl, nachdem ich die Plattform jetzt schon ziemlich lange benutze, sagt, dass bei Tokens wie Pendel und Curve und so weiter so ungefähr 11% pro Jahr rauskommen und zwar im Plus. Das heißt, dass man also tatsächlich um die 10-11% bekommt. Und wie man eine solche Position aufmacht, das erkläre ich auch nur ganz grob. Schaut am besten in meinem Tutorial nach, jedenfalls geht man da ganz kurz gefasst am besten so vor und jetzt kommt natürlich auch das Risiko ins Spiel. Also eine solche Short Position ist insofern riskant, dass wenn es schlecht läuft, dass man da auch liquidiert werden kann. Das passiert dann, wenn der Verlust, den man in dieser Position macht, größer wird als die Sicherheit, die man hinterlegt hat. Also wenn wir zum Beispiel hier eine Sicherheit von 2000 Dollar hinterlegen, dann kann die tatsächlich komplett weg sein, wenn der Pendel-Token im Kurs steigt. Also nochmal wichtig, die Short Position, die verliert ja, die macht ja Minus, wenn der Kurs hoch geht. Und das ist eigentlich nichts Schlimmes, weil der Wert meiner Token ja hoch geht und zwar in demselben Maße, wie ich hier Minus mache. Also ich habe ja im Staking Tokens liegen und die machen Plus, wenn ich hier in der Short Position Minus mache. Nur leider weiß Hyperliquid das nicht und kann das daher auch nicht von sich aus verrechnen. Und daher muss ich die Verluste immer von Hand ausgleichen, die hier bei Hyperliquid auflaufen. Das ist eigentlich kein Problem, weil ich ja nur die Tokens aus dem Staking rausnehmen muss und dann kann ich die irgendwie verkaufen und hier dann meine Positionsgröße reduzieren und damit dann eben auch wieder Risiko rausnehmen. Das Ganze muss ich eben regelmäßig beobachten und dann auch rechtzeitig erledigen. Weil das aber so wichtig ist, würde ich von Anfang an das Liquidierungsrisiko einplanen, wenn ich die Position aufmache. Das heißt, ich würde bei der Planung der Position vom Liquidierungsrisiko ausgehen und nicht von der Rendite. Zuerst stellst du hier oben mal auf Isolated um und dann wählst du hier einen Hebel von 4. Und wie gesagt, die Details dazu gibt es in meinem anderen Video. Ich zeige das jetzt nur mal grob, damit ihr versteht, wie die Idee dahinter ist, wie man das praktisch abwickelt. Das könnt ihr dann anhand des anderen Videos selber rausfinden. Und dann gehe ich eben hier auf Short, weil ich eine Short-Position aufmachen möchte und trage hier mal irgendeinen Wert ein. Und es ist erstmal nur wichtig, dass ich hier auf USD umstelle und nicht auf Pendel. Aber die Zahl selber hier, die ist erstmal nicht besonders wichtig. Es geht nur darum, hier irgendeine Zahl reinzuschreiben. Irgendeine, die passt am besten irgendwo in der Nähe meiner eigenen Positionsgröße, die ich aufmachen will, also so bei 8.000 um den Dreh. Und die wichtigste Zahl hier ist dann der Liquidierungspreis, der weiter unten angezeigt wird. Und der liegt bei etwas unter 4 Dollar, wenn ich das Ganze so mache. Und das ist mir jetzt ein bisschen nah am aktuellen Preis. Der ist so bei 3,30 Dollar und so ein Sprung auf knapp 4 Dollar von hier aus von 3,30 Dollar. Das kann tatsächlich im Cryptospace schon mal sehr, sehr schnell vorkommen, innerhalb weniger Stunden. Und daher muss ich hier das Risiko etwas reduzieren. Der Hebel ist hier tatsächlich in dem Fall zu groß. Und dafür stelle ich hier einfach mal einen Dreifachhebel ein und schaue mal, was dann passiert. Und dann liegt der Liquidierungspreis bei 4,20 Dollar. Und das passt für mich so ungefähr. Ich kann die Position also jetzt aufmachen. Und wenn ich das gemacht habe, dann taucht die früher oder später hier unten in dieser Tabelle auf, wo alle meine aktiven und aktuellen Positionen angezeigt werden. Und da sehe ich jetzt nicht nur meine Positionsgröße, sondern auch den Liquidierungspreis und meine Sicherheit, die ich hinterlegt habe. Außerdem steht da, wie viel Gewinn oder Verlust die Position macht und wie viel ich an Zinsen, also an Funding Fee, eingenommen oder bezahlt habe. Und immer, wenn ich jetzt Verlust mache in der Staking Position, dann habe ich hier unter P&L einen entsprechenden Gewinn stehen. Und das gleicht sich aus. Und natürlich auch umgekehrt. Währenddessen verdiene ich hier aber zum Beispiel die Funding Fee und natürlich auch gleichzeitig die Rewards im Staking. Das Ganze ist sicher nicht super einfach zu bedienen und da muss man sich schon ein bisschen reinarbeiten, glaube ich. Aber ich will euch hier erstmal nur eine Idee mitgeben und kann euch nur empfehlen, mein Hyperliquid-Video anzuschauen und sowas erstmal mit kleinen Beträgen auszuprobieren. Für mich ist bei der ganzen Sache ehrlich gesagt immer die kniffligste Frage, eigentlich wie viel Sicherheit ich jetzt hinterlegen muss, um nicht liquidiert zu werden und wie viel dann noch für Staking übrig bleibt. Und dabei starte ich immer mit dem Liquidierungspreis. Ich muss mich mit der Position ja wohlfühlen und das bedeutet auch, dass ich mir erstmal überlege, wie schnell ich reagieren kann, wenn es brenzlig wird. Und davon hängt dann eben ab, wie groß der Abstand zum aktuellen Preis sein muss. Und natürlich spielt auch die aktuelle Marktstimmung, Marktsituation eine Rolle. Wenn der Markt sehr volatil ist, ist das eine ganz andere Sache, als wenn es permanent seitwärts geht. Und wenn ich dann weiß, welchen Hebel ich nehme, dann kann ich das andere ausrechnen, nämlich wie viel Sicherheit ich hinterlegen muss und wie viel übrig bleibt für Staking. Dafür gibt es eine Formel. Und ich habe mir mal überlegt, dass ich einen kleinen YouTube Short mache, wo ich den Rechenweg erkläre und wie man sich das ausrechnen kann. Und das wäre dann tatsächlich mein erstes YouTube Short. Mal sehen. Ich habe aber andererseits auch überlegt, vielleicht ist es mal ganz gut, doch ein Schritt-für-Schritt-Tutorial zu der Sache zu machen. Und lasst mich das einfach mal in den Kommentaren wissen, ob euch das interessiert, ein Schritt-für-Schritt-Tutorial für diese Art und Weise, seine Position zu hedgen. Wenn ihr keine Lust habt, das auszurechnen, dann nehmt einfach diese Tabelle hier. Die habe ich für euch zusammengestellt. Und hier steht links der Hebel. Und pro 10.000 Kapital, das ihr habt, steht dann, wie viel ihr als Sicherheit für den Hedge zurücklegen müsst. Also wenn ihr nur 5.000 Dollar Kapital habt, dann müsst ihr einfach die Zahlen durch zwei teilen. Und hier steht auch, wie viel ihr in Staking stecken müsst. Und ihr sucht euch also erstmal einen Liquidierungspreis raus, mit dem ihr euch wohlfühlt. Dann ergibt sich daraus der entsprechende Hebel. Und dann macht ihr eine Einlage in der Höhe der Sicherheit bei Hyperliquid und eröffnet dann eine Short-Position in der Größe, die in der Tabelle steht. Und das ist auch dann genau der Betrag, den ihr auch in Staking stecken könnt. Ja, und ich denke auch, dass das eine sehr, sehr komplexe Strategie ist und dass man schon einiges an Wissen mitbringen muss, um das mal selber zu machen. Aber das Tolle daran ist, es ist wirklich super lukrativ und vor allem lernt man dabei ziemlich viele Sachen kennen. Und das bringt einen dann mal so richtig nach vorne. So, und jetzt werde ich aber mal das ganze Thema mit dem Carry Trade und dem Hedgen wieder ein bisschen verlassen und mal ein paar Delta-neutrale Strategien vorstellen, die sehr, sehr viel einfacher sind. Leider sind die einfachen Sachen aber nicht immer die besten. Und daher werde ich jetzt mal verstärkt auf Möglichkeiten eingehen, die da draußen so existieren und dann aber auch mal die Nachteile mehr beleuchten, die vielleicht manchmal auch ein bisschen versteckt sind in der ganzen Sache. Und bis dahin erstmal alles Gute, viel Spaß. Tschüss.